bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-rasulillah wa al-alihi wa sahbihi ajma'in, liebe Geschwister im Islam, vielleicht haben einige von euch gerade das Fajr-Gebet gebetet und ich wollte gerade jetzt in den letzten 10 Tagen von Ramadan einige Wochen an euch loswerden. Teilt das Video, liked das Video, abonniert auch unsere YouTube-Kanäle und inshallah geht es auch bald auf Instagram los. Es kommt, es einige Male kommt die Frage auf, es gibt doch den Hadith, der sagt, Also es ist im Ramadan, dass die Paradies-Tore geöffnet werden und dass die Höllen-Tore zugemacht werden und dass die Schayatien gefesselt werden, angekettet werden. Warum begeht man dann Sünden, trotzdem Sünden im Ramadan? Damals gibt es Leute, die Sünden begehen. Erstens, die Quelle für die Sünde ist nicht nur Shaitan. Es gibt einmal Shayatien-ul-Ins und Shayatien-ul-Dzin. Shayatien-ul-Ins, das heißt Sünden, die von einem selber ausgehen. Das ist erstmal Nummer 1. Dann muss man bei manchen Hadithen etwas vorsichtig sein und bevor man die ablehnt, sollte man erstmal jemanden fragen, der Wissen hat oder ein Gelehrter ist in diesem Bereich. Denn es kommen dann einige, die sagen, wie, ich habe trotzdem Einflüsterungen, das heißt, der Hadith ist falsch. Bruder, Schwester, wenn ein Hadith von den Hadith-Gelehrten über Jahrhunderte als authentisch angesehen wurde, dann hüte dich vor solchen Aussagen, sag, ich muss mich erstmal damit beschäftigen, ich schaue mir das mal an, ich frage mal jemanden, der mehr Wissen hat. Man muss wissen, es gibt verschiedene Überlieferungen von diesem Hadithen. Einer sagt auch, Maradatul-Shayatien oder Maradatul-Dzin. Das heißt, eine bestimmte Art von Shayatien sind gefesselt und nicht alle. So, das ist die eine Erklärung dazu. Die andere Erklärung dazu ist, dass das Anketten der Dzin nicht unbedingt dazu führt, dass sie gar keine Macht mehr haben, denn die Dzin sind eine andere Spezies als wir Menschen. Wir können uns das nicht so vorstellen, wie ein Mensch angekettet ist, weil Dzin ja auch anders beschaffen sind, sie sind aus Feuer erschaffen. Und wir wissen zum Beispiel aus der Geschichte von Adam und Hawa, dass Iblis aus dem Paradies schon verbannt wurde und trotzdem eingeflüstert hat. Das heißt, die Shayatien können auch von Distanz einflüstern. Wallahu alam. Und das ist etwas, was sich heutzutage ganz leicht erklären lässt oder wo wir ein Beispiel dafür haben, wie zum Beispiel Radiowellen. Der, der dir über das Radio etwas sagt, der ist auch weit entfernt. Der muss nicht unbedingt neben dir sitzen, der kann am anderen Ende der Welt sein. Das heißt, die Aussage darüber ist, also die Bedeutung davon ist, dass die Shayatien schwächer sind. Das heißt nicht, dass sie gar keinen Einfluss mehr auf den Menschen haben. Und Ibn Hajj al-Asqalani sagt dazu, dass dies dazu führt, dass man keine Ausrede mehr hat. Weil die ja schwächer geworden sind. Such die Fehler bei dir. Das wollte ich nur kurz dazu gesagt haben. Wie gesagt, merkt euch bitte, bevor man ein Hadith ablehnt, erstmal mit jemandem sprechen, der Wissen davon hat. Und die Leute, und das war nur eine kurze, wie gesagt, ich könnte theoretisch eine Stunde, inshallah, über diesen Hadith reden. Ich wollte nur eine kurze Botschaft loswerden. Und auch gerade an diejenigen, die gelernt haben, dass man auch auf solche Fragen eingeht. Und übrigens, wie stellt man solche Fragen, wenn es um irgendwas geht? Ich habe mal eine Frage, wie ist es hiermit und hiermit? Wie ist das zu verstehen? Ganz höflich, sachlich. Wie gesagt, das ist meine Aussage. Haltet am Fasten fest, haltet am Beten fest. Macht es gut, liebe Geschwister. Und teilt das Video, damit viele davon mitbekommen und davon profitieren. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.